Ja, bonbon Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter ab. Wir befinden uns hier noch wunderschön, so, das sieht echt 3D aus, ne? Alter, sieht richtig nach 3D aus, die Melone. Nicht schlecht. Äh, wir wollen heute das Schlafzimmer anfangen. Wir haben zwar noch in der Toilette sehr viel zu tun, hier wird vielleicht noch ein Spiegel angebracht, Vorhänge werden wir noch packen. Ähm, das wird aber alles erst in der Zukunft geschehen, denn wir wollen natürlich erstmal, äh, weit, äh, weitergehen, mal die anderen Räume anfangen, damit hier auch nichts bohrt und alles, damit wir richtiges Licht haben. Und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an, wir brauchen auf jeden Fall einen Nachttisch mit Lampe. Äh, oder ich mach hier oben eine Lampe hin, mal gucken. Wir werden sehen, aber als allererstes möchte ich da gerne einen Schrank hin haben. Dafür nehme ich mal einmal ganz kurz meine Axt zur Hand. So, übrigens sind, äh, haben wir jetzt ja Weihnachten, also frohe Weihnachten euch allen nochmal. Äh, und hier laufen überall, äh, Skelette rum. Wieso hängt da ein Block in der Luft? Skelette rum, äh, mit Flügeln. Und die Kisten sind alle Geschenke, das sieht ein bisschen seltsam aus. Wieso hängt da ein Block in der Luft rum? Wieso ist das Schiff debuliert? Wie hat das Schiff verbrannt? Ist das Schiff verbrannt? Ich meine, mich soll es nicht stören, das Schiff war eh unfertig. Aber was ist da oben soll, weiß ich nicht. Hallo? Da war jemand fleißig. Höh. Ich glaube, da hinten, ähm... Also hier ist eine kleine Farm für Dorfbewohner. Weil die vermehren sich anscheinend. Was soll das? Irgendwer hat hier irgendwas seltsames gebaut. Und das? Ach, das ist die Hütte hier. Ach, die war vorher schon hier, glaube ich, ne? Ich hab' da anmacht. Und das Fenster? Er sitzt in nem Boot. Ich hab' da anmacht. Warte, ich wollte gucken, was du verkaufst. Ja, gut. Dann bleib mal da. Na gut, das kann ich nachvollziehen. Aber hatte ich hier nicht nen Weg lang? Ach, da ist der Weg. Den hatte ich lang geführt. Okay, es sieht hier ein bisschen seltsam aus alles. Ich glaub, das ist neu dazu gekommen. Da ist man ein Tag mal nicht online, weißt du. Und dann, äh, passiert sowas. Na gut, es schneit. Ich freu mich. Es passt perfekt zu unseren Weihnachtstagen. Und wir gehen jetzt los und bauen unser Schlafzimmer. So, warum hab' ich jetzt ne Axt in die Hand genommen, fragt ihr euch höchstwahrscheinlich. Wir werden etwas nehmen. Und zwar werden wir... Wo geht das Essen da reingepackt? Okay. Dann werden wir uns Holz nehmen. Äh, nehmen wir erstmal das hier. Dann ist das wenigstens immer weg. Das hab' ich eigentlich noch in meinem Inventar. Ich muss mal ganz kurz mein Inventar ein bisschen clearen. Äh, du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. So. Okay, ich hab da oben jetzt ein paar Farben verteilt. Äh, das werdet ihr überwüßt wahrscheinlich nachher nochmal sehen. Und wir schnappen uns jetzt mal ein kurzes Bäumchen, damit wir Truhen bauen können. Vielleicht hab' ich sogar noch Holz in meiner Truhe. Ich hab' nicht drauf aufgepasst. Äh, schade. Aber ich hab' höchstwahrscheinlich Holz da. Na egal. Jetzt gehen wir mit dem Holz her! So. Zack. Dann werde ich das Bäumchen direkt einpflanzen, ne? Hier, komm. Da. Dann ist es jetzt wenigstens wieder da. So. Was ist denn? Fragil? Irgendwas. Gut. Als nächstes bauen wir zwei Truhen. Eigentlich wollte ich hier Truhen klauen, aber die sind alle voll. Deswegen bauen wir uns mal fix zwei Truhen. So. Hoffentlich sind sie auch rot. Ich frage mich, was... Ach so. Ah. Zwei, äh, zwei ergeben einen grünen, oder was? Wir werden's sehen. Also. Wieso? Ach. Ich verstehe. Der Block ist natürlich besetzt. Das ist kacke. Wie sieht's hier aus? Ja, da ist es besser. Weil ich wollte eigentlich meinen Schrank mit Kisten modifizieren. Aber so wäre das natürlich ein bisschen kacke. Es sei denn, ich verwende wirklich... ...komplett diesen Bereich. Ja. Ist halt kacke, ne? Aber müssen wir durch. Dann mach ich das hier zu. Vielleicht setz ich dann auf der Seite nochmal ne Wand mehr hin. Mal gucken. Aber ich möchte, dass es hier gut aussieht. Fällt doch kaum auf. Fällt kaum auf. So. Da haben wir's also. Wir gehen jetzt, äh, einmal ganz kurz Blöcke holen. Denn jetzt wird ein Schrank gebaut. So. Als allererstes muss ich meine Blöcke, die ich hier alle habe, mal alle weg beiseite packen. Es sei denn, ich behalte etwas davon. So. Was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall das Rot. Oder ne? Wir haben das Zimmer, der soll ja mehr blau sein, ne? Soll ja mehr Blautöne beinhalten. Dann holen wir uns gleich blaue Farbe. Äh, wir könnten Glas nehmen. Nehmen wir Glas. Das könnte richtig gut aussehen. Okay. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube, den Rest hole ich mir von oben. Also gut. Wir werden als allererstes, da seht ihr ja alles, was ich verteilt habe, alles, was ich behalten möchte. Dafür bin ich kurz mal ins Nether gegangen, hab mir da das Zeug hier geholt. Das schmilzt tatsächlich in Schnee nicht weg. Das ist interessant. Aber das hier soll halt dann im Wohnzimmer verwendet werden. Das werdet ihr später sehen, wie das aussieht. So. Äh, ich brauche diesen Block. Und ich brauche diesen Block. Ich glaube, das dürfte recht gut aussehen. Und wir brauchen ein bisschen Licht. So. Ach, jetzt habe ich hier noch einen Block. So. Okay. Mit diesen drei Farben werden wir, äh, Knochenblock, weißes Glas. Genau. Mit diesen drei Blöcken werden wir unseren Schrank bauen. Und dieser Schrank hat natürlich auch eine Funktion. Der wird natürlich auch Kleider haben. Und zwar werden wir, ähm, zack. Einen Schrank drum herum bauen. Die Schranktür wird offen sein. Und wir können dann halt jederzeit auf diesen, auf die Truhe zugreifen können. So. Ich würde sagen, fangen wir an. Schranktür wird offen sein. Vielen Dank. 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 Danke dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Guck mal. Okay. 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 So, jetzt haben wir den fertig mit einer offenen Schublade natürlich. Ich meine, ich hätte ja da jetzt auch eine Truhe reinpacken können und dann hätten wir von hier aus drauf zugreifen können. Aber ganz ehrlich, die Truhe hier reicht komplett aus, ne? So sieht jetzt unser Nachttischchen aus, ne? Vielleicht machen wir hier nochmal eine zusätzliche Line hin. Ne, nicht in der Farbe, also. Einfach, damit das alles ein bisschen rausragt und irgendwie nicht ganz so nach einem festen Block aussieht. Ich weiß nicht, wenn das alle irgendwie, wenn ich etwas baue, das ist einfach nur nach einem klobigen, großen Block aus. So, jetzt gehen wir mal kurz hier hin. Wir schnappen uns zwei von den positiven Meißel-Designs. Ja, das ist ganz wichtig, zwei Stück. So. Und kopieren einfach diesen Schrank. Nochmal muss ich den nicht bauen. So. Muss ich mich verarschen oder so? Da ich das Ganze von der Seite kopiert habe, muss man ihn noch von der Seite aufbauen. Ist leider so. Jetzt kopiere ich von vorne. Und dann kann ich von vorne hier. Zack. So. Das dazu. Dann können wir jetzt die Betten wieder hinlegen. So. So. Zack. Ach, ist schön. Vielleicht hätte ich eine blaue Decke nehmen sollen, aber ich dachte, ich mache mal ein bisschen schwarz. Aber so ein bisschen gruselig. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da packen wir noch einen Wecker hin. Da, hier. Hier packen wir noch mal eine Lichtquelle hin. Und zwar haben wir hier einen Eisenblock. Den nutzen wir auch direkt mal aus. Machen wir hier so ein bisschen mittig. Machen wir so einen massiven. Ach, manchmal. Ärgert mich das ja schon, ne? Er ruckelt es einmal. So. Das hier wird natürlich später ein bisschen runder, aber jetzt hilft es mir noch, die Mitte zu finden. So. So. Noch ein bisschen. Normisieren. Auch ein bisschen sieht ein bisschen aus wie ein Lautsprecher. Hätte auch ein Lautsprecher werden können, aber das packen wir in die Stube. So. Dann kommen wir wieder zum allseits beliebten Glowstone. Dann packen wir direkt mal so ein fettes Viech hier drauf. Kasse ist. Warum kannst du nicht einfach immer mittig sein? Ich kann es nicht per Hand bauen. Oh, doch. Ich kann es per Hand bauen. Alles. Ich kann es nicht per Hand bauen, oder? Das wird schwer. Ich darf auch nicht zu groß werden, ne? Wir müssen mehr in die Länge gehen, als in die Breite. Werd hell. Werd verdammt noch mal hell. Wo ist dein scheiß Problem? Willst du mich verarschen? Der wird nicht hell. Nein. Timeset. Was war nacht? 20.000? Wieso wird der nicht hell? Ach, ich... Stehe. Ich hab ne Idee. So kann ich nicht kleiner sein. Wir gehen denn kleiner. Okay, das ist hoffentlich, äh, ja, hell genug. Ja, ist ein bisschen bitter. Ich hab's mir ehrlich gesagt wie so ein Lampenschirm vorgestellt. Manchmal kann man das nicht so umsetzen, wie man es gerne möchte. Nö. Deswegen ignorieren wir das einfach mal. Zack. Und da kommt dann das Blau mit rauf. Es ist zwar jetzt kein Lampenschirm geworden. Ich hätte... Ich könnte jetzt noch Lampenschirm draus machen, aber ne. Und dahinter sieht man eh nicht. Aber ich hab... Ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch hin. So, alles was man nicht sieht, ist egal. Nur die sichtbaren... Hab ich's geschafft? Nein. Nur die sichtbaren Sachen sind wichtig. Ist das nicht dein Ernst? Geschafft. So. Lampe rechts steht. Ist ja eigentlich schon hell genug, ne. Jetzt brauchen wir hier noch eine Lichtquelle, aber wir haben ja gesehen, wie viel Licht wir... Wie viel von dem wir eigentlich brauchen. Wir werden es ein bisschen dezimieren, ne. Also wir werden das jetzt nicht so krass machen, wie auf der anderen Seite. Und nur ein kleines Nachtlichtlein. So, dafür brauchen wir 3x3. Hier dann so ein Ding ins Kirchens. Und dann weißt du was? Gucken wir mal, wie, wie groß ist das? Wieso kann das nicht mittig sein? Ist auch nicht hell genug. Oh, Gottes Willen. Geht eigentlich, ne? Wieso kannst du nicht so hell sein? Das ist schon Ende des Blocks, ist das nicht wahr? Ja. Gott verdammt. Wieso kannst du nicht so hell sein, Dude? Guck dir das an, wie schön das ist. Dann hab ich da irgendwie so ein Scheißding, ey. Ganz genau das, was ich wollte. Naja, gut. Lassen wir es so. Das ist das hellste Licht, was ich habe. Kann ich nicht. Hier noch ein bisschen was wegnehmen. Ja, müssen wir so machen. Da haben wir wenigstens ne helle Lampe hier. Wird das falsche Blau verwendet? Wieso sieht das mehr grün aus? Ich meine, das ist Türkis. Ja, klar. Ich verwende die ganze Zeit Türkis. Ach, wegen dem Licht. Siehst du mal, wie cool du aussehen könntest? Siehst du das? Naja. Okay. Zumindest haben wir eine Lampe, die ist schön. Und dann packen wir hier noch irgendwie so einen Wecker hin. Ich weiß nicht, wie ich den hinkriegen soll. Ich probier's einfach mal, ne. Wird ein großer Wecker. Ich glaub der ist zu groß. Ich probier's einfach nicht. Ich will eine, die Sie schiefen. Ich probier's einfach nicht. Ich versuchze. Weil wir die Ernährung nicht nur die Järgermeisterin gegrüßt. Das ist es so schön, wie du fühlst dabei. Ich schiebe, wenn du sechsst sein. Da sind damit schiefen. Da sind die Järgermeisterin. Da sind die Järgermeisterin. Der ist alles so gut. chiptaschen ist. Ja, das ist das Lärmste. Da sind die Järgermeisterin. Ich schiebe die Järgermeisterin. Wir drehen, die Järgermeisterin zum Schreiten zu tun. Okay, ja, hm, also ich würde dazu jetzt noch kein Wecker sagen, wir werden irgendwie versuchen, daraus jetzt einen klassischen Wecker zu machen, indem wir tatsächlich versuchen, irgendwie hinterzukommen. Ähm, nein, hier ein bisschen mit Gold arbeiten, so, nein, nein, hier halt diese komischen Döpsel obendrauf sitzen. Was habe ich falsch gemacht? Jetzt sieht's aus wie ein Wecker. Jetzt sieht's aus wie ein Wecker. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt hier unten nicht. Was, 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 was stimmt da nicht? Ich mein, der muss da eigentlich sein. Aber eigentlich muss er auch da sein. Es ist, äh, irgendwas hab ich falsch gemacht. Irgendwas ist hier falsch. Ich weiß nicht was. Ich, ich seh's nicht. Ich seh's einfach nicht. Weil rein theoretisch müsste hier der Block weg sein. Ja. Gut. Ich glaub, ich hab's gewixt. Das muss, ach, diese scheiß Bits, dass man hier eine Milliarde Bits hat. So. Wunderschöner Wecker. Ist ein bisschen gigantisch, ne? Aber, hey, ich brauch halt ne Brille. Darum, ich muss ja wissen, wie spät es ist. Wie spät ist das? Drei? Ja. Okay. Soviel zum Schlafzimmer. Äh, ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir müssen allerdings dann auf jeden Fall noch, äh, morgen, äh, Fenster reinsetzen. Und hier will ich noch ne Nische reinmachen. Dann ist das soweit fertig. Aber an sich, ne, kann man eigentlich nichts gegen sagen, ja. Dann würd ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Aktion, wenn wir das Schlafzimmer vervollständigen. Vielleicht sogar noch mit nem Bild oder Poster an der anderen Seite. Mal gucken. Haut rein. Euer Zio. Tschüss.